hallo herzliche grüße vom winterzauber in kassel an der orangerie eintritt 10 euro ermäßigt acht euro hier ist eine tolle stimmung und es macht immer wieder freude hier zu sein ja jetzt schaut doch mal alles ist so schön beleuchtet ja einfach wunderschön und das wollte ich euch zeigen so so darin stand by me oh stand by me also die zwei charmanten schneekönigin königin die fand ich ganz besonders ach da konnte ich mich gar nicht satt set so 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 Outro Ich freue mich, wenn euch das Video gefallen hat. Ihr wisst ja, ich bringe gerne die Stimmung rüber. Und hier habe ich auch mal einige Fotos von den Schneeköniginnen angetan. Ja, sieht man ja auch nicht alle Tage und so oft stelzen gehen, ist für mich auch eine ganz tolle Kunst. Lasst euch gut gehen, liebe Grüße, die Doris.